so dann werde ich jetzt mal hier den ganzen anderen alten rotz von dem von meinem heavy metal trx viermal alles daran schrauben und vor allem nicht den body erst mal anpassen da ist von mit servo nach vorne und also ein kram da werde ich wohl jetzt weil ich abwohnen müssen da geht wohl kein licht an vorbei aber zum waschen ist davon aus dass der body ist wahrscheinlich in die lange halten wird dann kann ich auf jeden fall war jetzt langsam weitermachen dann ist das thema nämlich immer langsam erledigt hier da sind die schrauben schon drin gut und 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 Das war's. So, servofest, Kabel erstmal, Mesh, Batteriefach machen wir noch nicht, was können wir sonst noch machen? Ich kann die Bleche hier dran machen. Das hinten auch wie voll, vorne das lassen wir noch weg, wegen, weil ich da noch dran muss. Ich kann die Bleche hier dran machen. 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 Klingt eigentlich gut. Klingt auch noch beim vollen Einfehlern ohne irgendwo zu behindern. Sehr schön. So, das reicht jetzt erstmal. So, jetzt wo ich den ganzen Mist hier fertig habe, bis auf das bisschen Elektro. Das ist ja nicht so Kram, das ist ja nicht so wild, das Kabel. Dann werde ich jetzt nochmal gucken, wie ich mit dem Buddy hier klarkomme. So. So. So, dann bin ich mal gespannt, wie ihr es habt. Improvisierte Lochabdeckungsmonster. Wie das wird. Gar nicht mal so scheiße. So, dann. 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 So. 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 Eine kaputte Karuse wieder heiligemacht. Mit einem flex gebastelten Aufkleber. Ist auch nicht schlecht. Ganz fix. Und sieht nicht mal richtig scheiße aus. Geht doch. Teflon Toyota. Warum nicht. Für den Becher vollkommen ausreichend. So. Und jetzt geht es weiter mit dem Zusammenbau. So. 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 So.